Hochland wieder genommen Ah, ich bin schon wieder hier oben, ist mir scheißegal, ihr seid alle um mich rum Du hast hier den besten Ort, ne? Ich mach mir wieder einen lauen Lenz hier Ich bin auch wieder auf der Seite Ja, jetzt schaut mal die Flüsse Ich hab keine Flüsse hier bei mir Ja, es muss nicht sein, dass da Flüsse ist, es muss drauf an Nur mal dazu Was ist das Eck? Also kommen wir aber jetzt nicht wieder alles übernehmen, ne? Spielen wir nochmal Weil jetzt jeder Rohstoffe brauchen wird, weil wir jetzt zwei Gegner haben Oho Wieso, wieviel hat ihr gestern? Einen Einen auf Mittel Kabel gehen nicht durch Oh, ich hasse das bei Rettbauer, dass die Kabel da nicht durchgehen So, hier ist mein Übergang Es müssen im Pferdreckshäuser gebaut werden Bei mir auch Bei mir nicht Warum, hast du wieder den Bug oder wie? Ne, leider nicht Bis auf Zack ey Der war gut ey Wieso, welchen Bug hatte er denn? Ich hatte, ich musste keine Häuser bauen Ich hatte direkt volle Bevölkerung Pro Haus kannst du nur 5 Leute machen Okay Ich hatte direkt Fünf Fünfhundert frei Schaffst auch nur du, oder? Das sind ja türkise Das ist nicht mal Cheat ey Meine Windmühle dreht sich, jetzt wird das in der Luft gehalten Ach Ach So Und den Tiggerdorftepel, komm mal her Dorftrottel Sklave Dorfsklave Oh Es ist ein elendiges Thema Komm Komm So Jetzt muss ich diese Dinge hier noch hin? Immer damit jeder die gleiche Chance hat. Kommt dann sowas hin? Voll der Kuck, ey. Wer ist denn da neben mir? Alina. Ich bin immer neben dir. Das ist ja eine Frechheit. Warum? Ich glaube wenigstens nicht die ganzen Rohstoffe. Ah stimmt auch wieder. Nicht über ein gewisser anderer hier. Genau. Wieso, wer glaubt euch denn da die ganzen Rohstoffe? Ach, Rambo. Der Rambo nix nutz. Wer heißt denn bei euch Rambo? Die Koboldine. Der ist gerade wahrscheinlich noch so konzentriert wie der auf Dings suche. Er hat wahrscheinlich schon jede Himmelsüchtung nicht ausgesagt, ey. Ja, so ein bisschen. Alter, hier, Ed Kwefter hatte ich schon Hütten gebaut. Dings hier. Steinwald. Ich bau gleich auch alles zu, Alter. Ja, um die Feinde fernzuhalten, ey. Die braue ich nicht. Vielleicht auch gleich alle zubauen hier. Ich muss das mal mit dem Kobold fernzuhalten. So. Äh. Soll sie fern halt bei meinem Rohstoff. Das klingt so, als wenn Kobold euch letztes Mal das ganze Spiel kaputt gemacht hätte. Ne, kaputt gemacht nicht. So schlimm war's noch nicht. Ich bin ruiniert. Kaputt nicht, aber ruiniert. Ja, so fast. Alter. Ich wusste nicht. Nein. Nein. Äh. Dump. Äh. Dump. Nein. Kannst du nicht kriegen. Nein. Wahrscheinlich werden sie eh wieder mich als erstes angreifen. Wie immer. Hoffentlich. Ja. Alter. Immer hab ich das Pech. Immer mich zuerst. Das ist doch lustig. Die sind halt auf dich. Ja, die mögen Grün, ne. Immer der, der es verdient hat. Ah, danke. Okay. Wer hätte... ...geholt. Mal was sagen. Äh, der... ...gibt immer Vollgas hier. Dann hätte der schon... ...hätte der schon tot sein hat. Alter, lass Dorfbewohner erschaffen. So, das müsste reichen. Mehr Power brauchen die für Red Power nicht. Naja, das denk ich aber auch. Ja. Aber wieso kommt da nix an? Genau, es ging unter. Ja. Keine Nacht. Ach, deswegen kommt da nix an. Kein Holz. Ich hab gar nix, ey. War doch, es geht bei mir. Ich kann mich nicht beklagen. Oh. 2, 3. Baba high chiii. Kiezt fand das? Baba high, chibumba, chibumba. Ahja. Alter, bei uns gab's heute voller's lecker Essen. Was denn? ...Schupfnudel Auflauf Schupfnudel Sonst gab's noch was Besseres Niemals Doch 았 doch leckeres Steak oder suche Zuerst Lasagne Das gab's doch gestern schon Lässt du dir so aufgeräumtes Zeug dir andrehen Aber nur ein Stück noch Was hat man jetzt nicht gehört Was? Was du gerade gesagt hast Das nur ein Stück war Ja das hat man wirklich richtig gehört Ich bin ja nicht doof. Doch. Sagen wir ja nicht immer doof. Okay. Damit kann er gehen. Da können wir uns auf einigen. Genau. Vielleicht nicht immer, aber zu 99,9 Prozent. Genau. Aber besser 0,1 Prozent. So, da ist schon ein Feind wieder bei mir. Ja genau, lange ansehen. Alle zu Eckschwerfti. Aber ich auch für. Äh. Nachher wird ja fertig gemacht, man müsste ihn trösten. Schönen Schupfnudelauflauf mit frischen Tomaten und Schinken. Schinken und Schinken und Pilze. Pilze? Kommt immer davon welche, dann würde ich sie auch essen. Schinken und Pilze. Achso. Ja die waren für uns auch dabei. Oh mein Gott. Pilze. Oh, rot ist auch hier. So hier mal zumachen alles. Spielt ihr eigentlich? Spielt eigentlich nur ihr oder spielen da auch noch andere und dann mit? Ne. Wie und Computer. Man kann wohl mit anderen auch spielen, aber. Wollt grad sagen, weil. Das will ich nicht. Aber so gut sind wir nur, ja. Da kriegen wir voll auf die Schnauze die ganze Zeit. Ne, ich glaube ja die anderen kriegen voll auf die Schnauze dann. Und ihr zu viel zusammenarbeitet und die nur alleine sind. Wir sind viel zu gut für die. Das musst du ja anders sagen. Internet Server Error. Ja, das fing ja schon mal super an. Ey, da dämliche Rote. Ah, jetzt weiß ich warum ich einen Internet Server Error habe. Ey, ich hab kein Holz. Steh auf ihn. Mit Gebrüll. Ritter Zeit. Ey, warum laufen bei mir die ganze Zeit die Feinde hier rum? Weiß ich nicht. Weil die dich mögen. Weil ich grad dazu mach alles. Ja, wahrscheinlich kommst du ja nicht mehr raus, weil ich überraschend gebaut habe. Draußen. Kommst du hier nicht rein? Bleibst du draußen? Ja, bleibst du draußen rein. Gut, 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 gut. Ähm. Wir haben zu viele Frauen. Mir ist das so scheiße hier. Ne, mir nicht. Ah, Männer, Männer, Männer. Wir werden alle... Versklaft. Versklaft. Die Weiber, die müssen hier... ...kleine Klappen. Ne. Die Männer haben das schöne Leben. Ist das im Mittelalter? Ja, klar. Ja. Ja, dann sind die Frauen ja versklavt. Ja, was meine Männer haben? Ja, dann richtig. Oh, jetzt vielleicht wieder reden. Tocke... ...down... ...fall. Noch bin ich nicht in der Ritterzeit. Oh, ne. Noch dürfen die Frauen machen, was sie wollen. Aber nicht mehr lange. Alter, ich hab kein Holz. Dabei hackt Nevi Dumme. Ja, das kleine Problem hab ich auch so ein bisschen. Müsst ihr ein bisschen Gas geben. Ihr Holz bekomm. Aber das so einfach... Ja, da lacht cool. Naja. Ich halt schon als Ausschau, wie irgendwo wieder... ...was sich als nächstes einnistet. Wahrscheinlich, ja. Lacht sich gut dann runter. Ne, er hat das bestimmt schon alles. Das ganze Holz übernommen, ja. Ja, genau deswegen. Alter, will die MF7 mich eigentlich verarschen? Ja. Ja, will sie. Wäre möglich, ja. Guck mal, ich bin grad voll der Cheetah. Ich cheetah alles. Oh. Ich cheetah alles, was nun geht. Ist du jetzt bei mir mal eine Kaserne? Ach Gott, ich hab kein Holz. Du hast Holz sparen, damit ich mir so einen Markt kaufen kann. Kaufen? Ich dachte, die er baut, man. Ja, halt. Kostet mir doch noch Geld. Nee, Holz. Ah. Wem sein Markt ist das hier? Zum Ende kann es nichts sein. Mal Kobold, ey. Auf jeden Fall schicke ich immer ein paar Handelsschiffe hin und her. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Nein. Ja. Also, die müssen hier echt genug Strom haben. Überschüssigen Rohstoffe. Nein. Haben wir nix. Wer ist das denn hier unten? Ist das du, Kobold? Jo. Ey, sag mal, sind die bekloppte Wikinger? Die bauen bei mir eine Kaserne auf. Hintergrund. Wollt ihr mich verarschen? Ah. Ja. Wirklich nicht. Kann man die dann zerstören, oder wie funktioniert das? Ja. Kannst du die ganzen Gebäude an zu zerstörten. Ach Scheiße. 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 Hilfe. Scheiße. 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 Ja, ich würde zuerst die Bäuerin töten. Bevor sie ein neuer Gebäude baut. Ja, Scheiße. Ich bin doch grad dabei. Oh, ich... Die Zange. Ich mach sonst immer Stress. Ja. Komm noch nicht mal im... Dingsbums. Ach geh, der Scheiße Idiot. Schaff das doch nicht. Sachte, sachte. Nee. Ich dachte. Ed, ist dir schon ein Name eingefallen? Mir ist noch keiner eingefallen. Nee. Cocktivater. Hans Wursts at Work. Genau. Hm, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Weil er nennt euch... Moddingworlds Pappnasen. Genau. Nee, das ist... Das ist... Überall. Ach, jetzt ist dieser Idiot im Be... Ach... Ach ja, klar. Seid ihr verkauft? Geht es bald. Ja, die Greifung. Scheiße. Hör mal den Richtigen an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, gehe ichs Dorfzentrum mit deinen Leuten. Ja, geht nicht. Ich muss den abwärtsen. Mit den Dorfbewohnern wirst du gegen Krieger angehen. Ja, hab ja nur einen. Scheiße, ich werd hier... Wer ist denn Grün? Wer ist denn Grün? Ich. Aber du hast dir direkt zugemacht, ey. Ah, da ist das geil, ey. Was? Bis sie an mich kommen müssen sie erstmal euch kaputt machen. Bist du sicher, dass die nicht oben sind? Ja. Also Ena ist bei mir unten. Hilfe. Ja, da ist... Rot ist bei mir unten. Ach so. Und blau ist da... ...neben mir da. Ja, siehst du? Hast du wieder Glück, ey. Du hast wohl immer Glück, du. Ach, jetzt kommt ein Wolf. Ach, Leck. Ah. Ich hasse Feet the Beast. Wenn du da manchmal was platzierst und was Falsches an der Hand hast, dann kriegst du gleich jemanden internal Server Error. Ja. Da stehst du auf Feet the Beast. Robert, schick doch deine Handelskoggen zu mir. Ja, hab ich doch... Bin ich grad dabei zu bauen. Ach so. Robert, mach mal deine Handelskoggen doch. 90, 91, 92, 94, 95 ist gleich da. Da ist es. Metzelt ihn wieder. Ja. So, Schwäfte, wo ist dein Markt? Hey, Tim, ihr braucht keiner was schicken. So. Lass sie aber auch ja die Tür da auf. Nee. Oh, jetzt noch zwei hier aufgewohner, die mit den Krieger hier töten haben. Ach, ich hab ne Galerie, ich brauch die Kält. Was ist denn ne Galerie? Kriegsschiff. Da hab ich nur nen Markt, Kobold. Jetzt kann ich mit dem Schafen, wie er kommt. Hast du keinen Markt? Weil ich noch keinen habe. Ich muss dir alles zur Ex-Craft verschicken. Kann ein Schaf gegen Wolf kämpfen? Komm drauf an, ob du sie dann gewinnen, ne? Dann mach ich aber die Tore zu, wenn du alles runter schickst da. Naja, so viel Shigishaka. Naja, so viel Shigishaka. Kommt da. Kannst du an Plenomar reden, ne? Die Meister blöd. Nur am Rum Sempern hier. Ja, wenn du zu mir raus schauen würdest, dann würdest du auch Sempern. Ja, wenn du deine Leute nicht ins Dorfzentrum schickst, bist du selbst schuld. Ja, ich musste dann mal die Kaserne zuerst kaputt machen. Und du da jetzt deine Leute nicht ohne Kontrolle hast. Komm wieder neu, Vollidioten? Ja, dann mach ich mal hinten irgendwo, bau du eine Kaserne. Ne. Ja, mach ich grad. Bär ne Idee, oder? Ja, bär ne Idee. Warte, wer jetzt hier die Kaserne? Nein, was hab ich da jetzt abgebaut? Ein Massakrator. Mensch, Mensch, Mensch. Lauter neue Projekte haben sie wieder vorher. Ich glaub, du hast ihn doch um. Ich krieg ganz ein Instagram und immer internal. Ja, ist sogar scheiße da. Ah, wird dir ja gesagt, dann hab ich nix glaub'n. Ich hab's so gesagt. Wann hast du das denn gesagt? 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 In der Server-Lock steht aber nix, das ist doch dumm. Hast du denn viele Beast-Server gemacht, oder was? Nee. Sehen? Wirst du das schon sehen? Okay, 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 okay. Ich vertraue mir einfach. Naja, denen vertraue ich nicht. Ich frage auch ganz oft nach was und dann sagt er, wirst du dann schon sehen. Na ja, dem LP meiner vertraue ich, ne? Der vertraut mir auch nicht. Bei dir vertrauen will ich aber auch nicht. Deswegen machst du es ja auch. Seien wir mal ehrlich. Hallo, da ist Strom drauf, wieso fliehst du nicht? Wie lange dauert das, bis man da Näheres weiß? Ich würde mal so sagen, heute Nacht oder so. Dann gehts ja. So lange kann ich mich grad noch bedulden. Weil ich das ganze Haus für mich alleine bin, keine Ahnung. Haben wir ja schon länger gesagt, dass wir das mal vielleicht machen. Jaja, jaja, jaja. Der Edge wirft halt so viele Projekte, der kriegt erst mal eins. Der kriegt noch nicht eins nicht fertig und fängt tausend neue an. Wieso hat der denn so viele Projekte? Ich kenn nur so einen... Guyblock? Ja, zum Beispiel. Ja, das lag ja an dir, nicht an ihm, oder? Ja, ich bin ja schon ein paar Tage wieder da. Er wollte doch an dem Tag noch mit dir aufnehmen. Ja, ihm war leid, Edge of Empires, Edge of Empires. Ich habe bis 12 Stunden unterwegs war, da will ich dich mal sehen. Hallo. Hallo, da bin ich. Hier ist da kein Strom rein, die wollen mich verarschen. Boah. Ich darf mich ja nicht beschweren, ich habe ja auch so viele Dinge offen. Es kommen auch immer wieder neue dazu. Ja, aber es ist halt einfach so, wenn man einfach nicht immer eins noch spielen will und auch mal Abwechslung haben will. Ja, ich sag ja, es kommen ja selbst auch bei mir immer wieder neue Sachen dazu. Aber ich habe nicht Lust wirklich immer dasselbe zu spielen, ey. Was? Nicht immer Lust dasselbe zu spielen. Kann man ja verstehen, oder nicht? Nein. Ich habe aber auch echt gerade voll kompliziert aus. Die ganz verkabelung kacke hier. Das macht das ja anständig, ne? Ja, ja, ja. Das ist mein System und dein Anfang und dein Ende haben. Nee, das hat's, auch wenn es überall durchfällt, aber egal. Mach Ma' rüber, du. Schau. Ach schei, du fährst hier morgen weg, gell? Jo. Wollt denn schon bitte? Ja, ja. Also, ich gehe lieber nach Aussehen von oben. als von unten soll lieber von der plattform oben gut aussehen als hier wo ich jetzt bin es muss alles perfekt aussehen so hat das jetzt strom das strom hat strom auf strom das nicht warum nicht weil ich deinen internet serverer gekriegt wo schickst du denn noch deine flotten in kobold eine handelsdinger im moment nur zu dir fahren die nach rechts unten an der kommt ja in dem weißen grün der kölfter der lunke der verbrecher einer muss ja sie werden von siegfried angegriffen ja ich wäre auch von siegfried angegriffen ein einziger greift digan aber siegfried oh 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 alter der kommt ja auf meine mauer geht er hier unten also da unten wo ist denn edgeworth design die muss ich unbedingt zu machen verdammt und verdammt die idioten und mal zu was ist kritik ließen oder die stelle ich denn am besten mit kurschen gar nicht Ich brauche es aber. Womit kann man das denn am besten machen? Keine Ahnung. Wir haben mal die Zeit hier. Ich hab voll vergessen in der Elternzeit vorzudringsen. Ich bin ja immer in der volle Allzeit. Ich auch. Ich bin auch in der volle Allzeit. Sie sind jetzt zu dir rein. Ja, sie sind durch. Komm, bin grad dabei. Einige hab ich schon erlegt vorhin. Truppen zu bauen, da kann ich sehen, danke. Mit dem Schiff. Leider hab ich nicht mehr Schäfen. Schäfen, Schäfen. Oh ja, hier rennt ein Japaner bei mir rum. Huchosun. Da klingt ja fast wie Hurensohn. Hey, du bist voll der Huchosun. Ach, sie, ich werd auch angegriffen. Was ist so verdient? Man wird ja voll schnell angegriffen, da. Ja, wir spielen ja auch gegen Mittler. Es ist ja auch Sinn und Speck des Spiels. Ja, man hat da irgendwie so kurz ne Vorbereitungszeit. Ja, hat man ja auch. Zwei Minuten oder so. Drei. Oder viermal ab und zu. Irgendwie kommen da jetzt Handelskuchen zu dir, Kubot. Alter, ich werd angegriffen. Wo werd ich angegriffen? Äh, die roten kommen auch noch. Nein, scheiße. Nein. Nein. Du Arsche, alter. Du musst da jetzt voll zubauen, ey. Voll die Dienst bauen und dann voll die Kanonentürme bauen. Ja, ich muss ja mal in den... Ich freu mehr Dorfbewohner. Und dann mal weiterreißen. Du hast den Stück in die Schlange gestellt. Äh, ich trottel. Ja, du trottel. Oh, hast es gemerkt. Jetzt hab ich mein... ne Kriegsschiefe zu viel raufgeschickt. Weil ich da den Punkt hatte. Die Trottel. Irgendwo hab ich hier blaue gesehen. Äh, wo sind die hin? Die haben sich versteckt vor dir. Ich hör da kurz sein und die Leute verführen, so viel es geht. Nein, nicht mit Katapulten. Weg da. Weg da. Ein bisschen Ritterzeit. Ja, jetzt werde ich auch an den Griff. Schöne Lache. Danke. Wo fangen die an mich bekehren, bitte? Du wärst jetzt voll bekehrt. Bekehr mich original. Ja, gehört sich so. Marktplatz. Wo willst du kommen? Bringt das eigentlich was, wenn ich Handelskommen zu dir schicke? Ja. Obwohl du weiter weg bist von mir. Je weiter weg, dass du mehr Geld bekommst. Aber da wirst du bei Kobold wahrscheinlich zum Schluss mehr bekommen lassen bei mir. Ja. Sag mal so. Dann schick die jetzt alle zu dir, ey. Ein paar, nicht alle. Aber du bist voll angegriffen hier unten, ey. Du kriegst hier nichts zu dir, sonst greifen die mir vorher Schiffe an. Oh. Du hast hier oben ja die Augen gegriffen, du können. Ja. 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 Saat. Noch mal zuhause gekommen, feel. Die afraid sind sehr schön fast die Was sind denn meine Truppen, Alter? Nein, Idioten! Oh, Mann, ey! Solche Affen, ey! Der Thema Holz gefällt wie die Ehe. Was ist mit lustig? Sie sind wieder angekündigt worden. Ja, wir haben halt was gegen dich. Ich frage mich nur, wo die Blauen herkommen bei mir. Wir müssen keine Mauer zu nehmen. Weil die kommen nämlich nirgends durch. Oh, bei Fatbeat ist die Mauer schon hinüber. Die hab ich hinüber gemacht. Achso. Hab ich hinüber gemacht. Damit meine Truppen da durchkommen. Achso. Achso. Wo bist du? Wo bist du? Jaja, kommst du, ey. Jetzt kommt mir hier runter. Die Affen, ey. Hast du etwa zwei Stunden gespielt, um jetzt so zu sterben? Ja. Nein. Wolle, du. Man kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Ja. 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 Alter, vorerst gefütter hon. Ja. 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 Wie viele Handelsschiffe, Phil, schickst du denn hin und her? Bei dir glaube ich vier oder so. Auf dem kurzen Stücke. Na und? Alter Schwäfti, das geht nicht. Der muss hier oben rumfahren, dein grüner Affe. Weil hier unten baue ich kein Tor rein, Alter. Da unten kommen alte blaue Jungs hin. Warum will der denn hier unten langfangen? Kannst du mir das mal erzählen? Ein bisschen besser gefällt. Weil das ein blöd Mann ist. Genau. Volldudel. Volldudel. Wir sind schon in der Imperialzeit. Wir sind so offen. Vorwollt. Ja, gut, dass ich keinen Dorfbewohner mehr habe. Was öfter gibt es noch? Ja. Ja, gut, darf es noch nehmen. Ich bin ein bisschen mehr da. Ich kann nicht mehr so nehmen, was ich hier nicht wieder einmal probieren würde. Ich kann nicht mehr als eine. das blöd ich habe leider nicht verstanden hat mit gesagt endlich soweit mal abgewehrt wird mich jetzt umbinden auf mit die Wiener genau und zu Mauten ja auch Gott war ja Mord Liener wenn dann Mord Liener werde ich alle töten weil die mauer da oben eigentlich nur zur zierde dient also die hat keinen großen sinn hey du blöde schaf hau ab du agro du gib mir auch gleich ein agro wirst du was hast du da für ein aggressives vibe holt ah vor allem ja du kriegst wahrscheinlich da einen bügel ohne ende vorher umgekehrt komm 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 der wollte mich heute im bauch schubsen verdient hättest es wie kommt der blaue hier rein ich weiß wie gleich aber du ne du regst dich auch in einer drauf ich muss das machen sonst ich auch du bist ja nur am Semper du bist am Semper und dein zweiter vorname ist Semper echt cool Alina Semper Möth Semper Möth Semper Möth das ist Semper Möth Universität hab dich schon längst no ich denk da immer ned dran ey zöber ich bin hier noch nicht mal ey ich bin hier grad mal erst dritter Zeit ich bin hier irgendwo von den Tieren gegriffen ach sie haben ihn getötet den Wolf so jetzt bauen wir noch hier das Hammer ich bin hier in die Imperialzeit da sind der Hände da ist zwölf aber sie an die Hände das bist du sie sagen für mich ACRO ACRO 나를 Ich habe ein Gebäude aus der Ritterzeit. Ich habe ein Gebäude aus der Ritterzeit. Okay, wow. Willi ist ein Gebäude aus der Ritterzeit. Was? Ja. Du. Ich bin schon richtig verstanden. Ich bin hier müde. Ich gehe auch frech zu mir. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. 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 Dann bauen wir mal eine Burg. Dann bauen wir mal eine Burg. sind zu her kann mit der und immer mit den schiffen kommen sie ganze zeit bei bei euch ein see oder so oder flüsse auch so ein kleiner fluss er führt nur ein extra fd vorbei also ich denke ich habe keinen hafen es wird benötigt mehr häuser alle hier wurden die manch blauen maschinen hier Alter, halt die Klappe, du! Machst du irgendwas gegen die? Lass uns hier einfach hin. Kommt rein, Jungs! Kommt! Ja, komm! Kommt nur, ich hab nix TV für euch! Lad euch ein, rechtsherzig bei mir alles zu klauen! So ungefähr. Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft! Hallo und herzlich willkommen bei mir! Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft! Das ist gut, der Satz, der muss immer dabei sein, sonst guck ich das Let's Play nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen muss, damit du das einschaust. Nee, das muss ja hier von Schwertig kommen, sonst... Ja, okay, dann lass ich jetzt App-Crafting mal sagen. Hallo und herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft! Hier... Jaaaa, was kommt da jetzt alles, ey? Jetzt aber je! Die haben dich lieb! Ja, jetzt bin ich eh gleich kaum. Hier, lässt du die eigentlich freiblich da rein, oder? Ja, ne... Komischerweise, ich baue hier keine Mauer und wie bei mir kommt hier keiner und so. Da schwert es, hier kommt immer einer nach... Das komische ist, ich wohne auch neben zwei. Ich habe auf zwei Ecken gleichzeitig Feinde. Oh komisch! Ja, da würde ich jetzt sagen... Puh, Pech und so. Pfff... 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 Ja, ne, klar. Gut, dass ich mir hier oben schon mal in einem Mauer hinstelle. Soll ich denn mal, soll ich mal darunter kommen? Ja, ich komme mal damit darunter, ey. Komm mal, Schwertig, ich komme. Na gut. Kommt zwar nicht so viel, aber... Vielleicht reicht das ja, um sie ein bisschen zurückzuhalten, damit sie nicht weiter vordringen. Wo sind denn meine Jungs? Ich glaube, verlorene Einheiten der Bücher am meisten dann. Ah, greif die an, die Roten! Greif die Roten an, die Affen! Die wollen zu mir! Greif sie an! Greif sie an! Alter, warum ziehen die meinen Pferden so viel Schaden ab, ey? Dass sie doof sind? Genau. Ey, der Hurensohn reitet bei mir durch die Stadt. Wo? Links unten in der Ecke. Achtung, Hurensohn ist imperieus. Mit einem Pferdchen. Da steht Ho-Jo-Soon. Frei übersetzt Hurensohn. Hu-an. Äh. Äh? Äh, ja. Ja? Äh, ich konnte leider nicht so viel, äh... Machen! Machen, ja. Ich tue mal die Tribogen hier, äh, verfolgen. Noch 3 GO. Äh, du sollst, äh, haben die den Markt zerstört? Ja. Toll. Jetzt kann ich nicht mehr Rohstoffe tauschen, ey. Hier, geht mal hier auf die scheiß Tribogen drauf. Aber weißt du, was das Gute ist? Die gehen jetzt eh alle. Mal um. Weiß ich nicht, die gehen gerade alle zu Kogurt darüber. Doch, was gekommen ist, den gehen sie wieder. Mann, okay, bei mir können sie eh nicht mehr ausrotten. Ich... Ich hab eh nix mehr. Die rotten mich hier unten gerade aus. Ich glaub, jetzt kommen sie zu mir hoch. Ähm, äh, ähm. Ähm, ähm. Hey, wir können jetzt nichts mehr ausrotten. Ich hab eh nix mehr. Ich hab alles verloren. Oh, Jungs, jetzt müsst ihr mal ein paar Türmchen bauen hier. Ähm. Ja, ja, ja. Oh, überzeugt, jetzt kommen sie zu mir. Na, viel Spaß. Oh, meine Triburken hier aufgebaut, ich glaube, ich muss auch hinten ein bisschen sichern, oder? Oder wenn sie da durch sind, das dauert. Ich bin nicht so offen. Ich bin nicht so offen. Ich bin nicht so offen. Ich habe gar kein Kloster. Ich brauche jetzt nicht alle Rohstoffe, die es gibt. Da fangen wir halt jetzt bei Null an. Aber ich habe immerhin überlebt, das ist nochmal am Anfang. Das ist nicht einfach, die ganze Sache lag hier. Das wird von einem Schiff verfolgt, was nicht mehr egal ist. Sehr schön. Ja, das kann man so sagen. Äh, Phil, warum hast du denn Tor hier oben? Ich habe mir schon wieder zugemacht. Ja, Phil. Sofis. Genau. Hier oben das Tor, aber es war die ganze Zeit zu. Es war nie offen. Der hat alle Tor immer zu. Ja, ja, klar. Deswegen waren meine Einheiten eben auch bei dir im Lager, weil ich alle Tor, deswegen läuft ja auch alles rum bei mir an Schiff und Viecher. Ich werde hier gerade ein bisschen nackig gemacht. Willkommen in den Club. So, Phil, darf ich mal bei dir ein Dorfzentrum bauen? Ja. Huh, okay. Das ist ein bisschen heftiger. Bei mir kommt es aus allen Seiten. Ich habe nichts mehr. Alle meine Pferde, alles ist weg. Äh, wo soll ich denn am besten mal zumachen? Da, wo es zu mir rüber geht am besten. Mach mal auf da ein paar Dings. Mach mal. Deine Tore. Du hast alle Tore zugemacht. Wo denn? Wo willst du denn rein? Zu mich verarschen? Ist da alles offen? Nee, hier zu mir nicht. Da, wo du eine Trebrücke stehen hast. Ja, da ist überhaupt nichts. Doch, da ist noch zu. Ja, aber wer ist da? Wo ist da irgendein Vieh, der da durch will? Ja, weißt du, wo jetzt meine laufen? Über Cobalt laufen sie jetzt rüber und da sterben sie alle möglichen Leute. Weil, wenn du bei Cobalt schaust, da kommt keiner Leben mehr aus. Ich werde hier mit euren Einheiten und ich kriege hier gleich den Arsch versohlt. Ja, man, das hat noch nie etwas zu tun gehabt, den letzten zehn Mal, wo wir gespielt haben. Ja, das ist aber richtig so. Da, Modlina, du auch ganz ruhig hier. Da war ob sich wirklich ein Cobalt. Ich werde auch die ganze Zeit angegriffen. Ach so. Und die blauen. Wo denn? Unten. Alter, bei mir kommt rot und blau. Bei mir ist Feierabend hier. Er war bei mir auch rot und blau. So, jetzt hat er wieder angegriffen. Was ist, sie werden vor sich? Fert angegriffen. Ach, jetzt wird er aufzunerven. Drei Wochen, gegen drei Wochen. Herr Cobalt, bei dir geht's natürlich mal mit der Bank ab, ja. Ja, die bauen da unten ihre, die kommen hier unten mit alles. Es gibt nichts Besseres als Kanonentümer. Naja, das Problem ist halt bei mir, wenn dir die Rohstoffe ausgehen, dass du keine bauen kannst, bringt's dir auch nichts. Ja, das ist ja. So. Wenn dir alle Rohstoffe ausgehen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Alter, wo sind meine Schiffe schon wieder hin? So, dann kommen. Jetzt kommen sie bei mich. Bei mich? Das Problem ist, sie kommen mit Schiffen. Also mit Transportschiffen meistens. Nee, bei mir nicht. Ja, bei dir können sie nicht anlegen. Das ist der Vorteil. So. Bei mir können die überall anlegen. Bei Alina ganz gut in der Ecke können sie noch. Bei mir auch, ich kann ja nicht die ganze Insel umranden. Hörst du, wie lange das dauern würde? Ach, geh, jetzt kommen jetzt die Wurken. Das wäre nicht die ganze Zeit angekriegt. Pass auf. Die kann auch. Hallo. Ey, was hat denn da für eine Travoke gedacht? Schieß nie hin. Ja, 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 damit du nichts abschießen hast, ja recht, du. Furzpippe, du. Ja, ja. Er warnt mich immer noch vor sich, sie werden vom Hohensohn angegriffen. Da kannst du mich noch fünf Stunden warnen. Aber der räumt auch alles bei mir ab, hier die Fotze. Alles, bis auf kleinster. Ja, bin ja gleich, Alter, bin ja gleich nur noch ich. Und Lina. Naja. Ich will langsam nachholen wir uns ja wieder. Oh, scheiße, ich hab nur Steine, ey. Ich kippe gleich die Krise. Ein bisschen Essen verkaufen. Oh, ja, oh, ja. Also, die sind doch etwas schwieriger als wir erwarteten. Ein bisschen, ja. Och. Schaut euch doch nicht so an. Ist das ein P-Man oder? Der ist noch da. Was macht einer fette Kater? Sie ist, der ist ja noch da. Wohin gehst du mit deiner Dorfteppel? Ja. Fett Beat. Ey, Rana liegt nicht. Hä? Ja, klar, du gehst zu mir Holz hacken. Nein, das war falsch. Da bin ich. Da bin ich. Falsche Richtung, das auch, ey. Ich denke mir, hat der gehört runter, fällt ein Baum und geht wieder nach Hause. Ja, ich denke mir, was ist denn jetzt los? So offen, ey. Schau, jetzt habe ich hier sogar eine Schleuse gebaut. Vorne kommen keine Rundentür hin, da kommt dann keiner mehr durch. Ich komme da hin, die Leute. Leute, lass schön durch, ey. Alter, wer ist denn grün und hackt hier oben beim... Alter, der hat sich voll eingenistet bei mir hier oben. Wer? Du! Tja, was habe ich denn da groß zu stehen, mit bisschen Müll hier? Ich höre jetzt erst, ey. Kann man mich noch hören? Ja. Da hat mein Headset runtergefallen. Meins, wenn ich bitten darf. Ja, und es ist das Mikro rausgeflogen innen drin. Okay. Da kriegst du auch alles kaputt, ey. Ja. Was hast du eigentlich mit deinem anderen Headset gemacht? Das kriegst... Ich habe schon nicht noch was gekriegt. Ja, habe ich ja schon gesagt. Überheizt. Ein Kurzschluss, also den Kurs hat das. Kurzen. Schäf, die hat einen kurzen. Nee, du hast einen kurzen. Ja. Dauerständer. Und verdammt dünn. Aha, eh gut. Aber stinken tut er ein großer. So gehört sich das. Hm. So muss das sein. Denk ich auch. Ihr seid ja bekloppt. Wann sind die das Braum bitte nicht? Warum tut der Türkise bei mir Holzfänen jetzt? Wer das Kobold ist? Den ist es scheinbar. Warte, Ecke? Nee. Ja, doch. Nee, du doch. Ich weiß nicht. Da hast gerade einen, der ist bei mir Holzfänen. Ich bin ja irgendwo angegriffen, Alter. Aber wo? Nee, das war ich, oder? Das war ich. Nee, bei deinem. Nee, das ist... Irgendwie greifen sie mich gar nicht mehr an. Ja, die können sie die gar nicht mehr angreifen. Ja, bei uns haben sie hauptsächlich nur über das Land angegriffen, nicht was was. Und das können sie bei dir ja nicht mehr, weil du ja... Wie komisch nicht. Über eine Mauer hast du das der Vorteil. Ich müsste da ziemlich viel Mauer bauen. Ja, schon etwas enorm. Hier ist er, ah, hier ist Ankel. Ja, aber ich wollte gerade sagen, irgendwo schießt er hier mit. Ja, da dachte ich. Nein. Mach ihn tot. Mach ihn tot. Mach ihn tot. Ja, bei mir zu den... Ah, hier unten sind auch Tölbe zum Glück. Da ist aber Ruhe, ne? Ruhe von Sturm. Hier oben. Hier oben kommen lang, Alter. Ja. Das ist wahrscheinlich die Ruhe von Sturm jetzt. Wow, wahrscheinlich schon, ne? Das ist echt ruhig. Verdächtig ruhig. Ja, ich bin zu ruhig. Das meine ich ja. Komm, der Computer kann nicht gegen euch. Ihr seid zu stark. Nein. Ich werde angegriffen. Wow. Da kommt die nicht bis da unten. Nein, verdammte Fotzen. Ich hab ja noch die Kapi Ruhe. Ich hab ja noch ein zweites Dorfzentrum hier unten in der Eck auf dem Auto. Da kommen sie jetzt auch hin. Bei mir regt ihr euch auf, ne? Ja. Inwiefern? Du bist ja nur im Rumsentplan. Ja, geh raus mit ein paar Dorftipp und du mal die Trevoken zerstören. Genau. Unterstören wir auch. Und bau drinnen ein paar Türme, die haben eh nur Schwertkämpfer. Hast ja zwei. Hehehe. Ja, jetzt können sie gleich kommen, Alter. Wir sehen hier ne Schlacht. Hehehe. Schlacht der Geschlechter. Schlacht der Geschlechter. Baut sich der Hauptturm eigentlich automatisch zum Kanonenturm um? Ne, Kanonenturm ist extra. Den hast du aber nicht, oder? Bist du Pistantiner? Ne, ich bin Spanier. Ich hab den trotzdem. Achso, okay. Ne, du musst den extra separat bauen, den Kanonenturm. So, haben wir mit euch zwei. Der ist aber gut, oder? Der ist gut, ja. Der ist sehr gut. Kannst du da auch dementsprechend? Ja. Was sind mit für Pappnasen? Den hat's gerade gestuckt. Oh, kann sein. Ah, wir halten uns schon gut. Ah, ich fang gleich fertig. Kobold ist nicht so gut, der hat es sich nicht abdauert. Ab uns dauert ja, am Spiel so drei Stunden, also. So, ich werd schon wieder bekehrt, also. Ey, du spielst 3 Stunden. Was? Ich spielst 3 Stunden so ein Kackspiel. Boah, wieso ein Kackspiel? Wenn du dich kannst, ist das doch dein Problem. Ja, Mann, das ist geil. Das Problem ist, weil es nicht mehr auf sein Zeitalter kommt. Ja, auf sein Zeitalter. Das Spiel kam raus, aber... Ja, doch, war ich schon auf der Welt. 99, ne, 98. Ja, wenn da sogar mein kleiner Bruder mit 9 Jahren spielt. Aber das ist nicht da rausgekommen. Also, du musst ja recht, wenn man es rausgekommen ist. Weil nicht jetzt. War 98 oder so. Jetzt gehen sie wieder auf mich los, die Kanacken, ey. 98 war ich grad mal 6 Jahre alt. Wie ist sie? Ja, so mit 8 Jahren, das wird hinkommen, da war es circa. Boah, wie viele Häuser muss ich denn noch bauen hier? Ja, ich bin auch grad am Haus bauen. Ja, ich auch wieder. Ja, bei mir hier oben ist grün, türkis, alles am Stand. Ich hab bald kein Holz mehr. Wir müssen uns gleich einen neuen Wald suchen hier. Ach ne, hier unten ist noch Bruderwald, alles klar. Ja, ich hab nur ein paar Leute oben. Ich hab mich hier bei Altcraft, da hat auch schon irgendwo woanders anliegen. Ja, hier oben, bei mir, Alter. Aber... Ah... Oben, bei dir? Ja, da tut ihr aber das Holz hacken. Da tut ihr aber das Holz hacken. Cobalt da aber nicht so auffällig bauen, weil da oben... Vielleicht kommt man sich nicht drauf, dass wir hier was wohnen. Da, wo dein Dorfzentrum mit dem Kloster ist? Mhm. Weißt du? Weil ich werde schon wieder schön angegriffen da unten überall. Mit dem Klo? Dorfzentrum mit Klo? Hm, wie kann ich denn jetzt? Ach so, ach doch, das geht ja aus. Geht ja aus, geht ja aus. Komm, bitte. Ah, scheiße, geht's dir nicht drauf. Ah, okay, okay. Okay, okay. Da müssen wir andere Gefährte aufhören. Wehe, du zerstörst es. 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 Nein! Du Mörder! Mein Hafen zerstört. Billionen Häuser soll ich eigentlich genug bauen. Alter, mein Boot liegt da unten noch immer. Vielen Dank. Ich habe daneben aber einen neuen gebaut. Ja, weil deine Handelsschiffe stehen oben, sind los rum. Ja. So, jetzt geht es wieder. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Wow, dat is een rode lamp. Hier kommen meine Kanonentürme nicht an. Der sieht total doof aus. So, jetzt hab ich ein Problem. Jetzt ist mein Gold leer. Ohohoho. Scheiße. Ich hab grad nicht richtig viel zu mir gebracht. Mal früher, das hätte ich mal ein bisschen früher, da hättest du die haben können. Ich hab eis genug. Alter, die haben auf der ganzen Insel alle, alle von mir abgebaut. Aufs letzte Feld, ey, die tipps ja nicht. Echt? Ja, hier unten bist du aber noch mal vorhanden. Ja, ja, aber der Rest alles. Da haben sie sogar die Felder, alles haben sie weggemäht, alles. Hier unten steht auch ein Trieb. Ja, ja, der steht da und wartet. Das hängt da an. Bei mir oben sei der ja auch drin. Du, tu bisschen mehr wie Schwäfti, aber... Und Schwäfti, wie sieht's so aus da? Ich soll mir einfach mal in Ruhe lassen da. Ich baue gleich ein Weltwunder. Das ist feige. Warum, die haben noch Zeit im Weltwunder Platz zu machen. Man müsste mal hier einen dicken Angriff starten, ey. Ja, mit was? Ich hab keine Einheiten. Okay, äh, Ed kerft halt ich zuerst. Fertig, ihr seid dran. Selourga. Ich hab alle Einheiten geschickt, also jetzt da dran. Möd, wie sieht es bei dir aus? Harst du nicht. Ich weiß nicht... Ich hab eh schon ein Schiff drin stehen. Ja und, das ist schon kaputt. Mein Schiff, das schießt grad die Trevok, und drop. Ich hab ein Paar Ritter und ein Paar Schiffe kann ich grad anbieten. Was geht denn ab, ey? Ey, was geht? Geh jetzt mal mit einer kleinen Schöpflotte runter. Ich kann ja leider nicht viel anbieten. Ja, Schiefe ist halt... Schiefe hab ich gar keine, sie wären Schiefe. Schiefe... Ey, du hast jetzt viele Pferde, siehste. Du hast nichts. Ja, nicht so effektiv, die braucht ja Eigenverteidigung. Aber hier unten, grau und blau und rot, die wandern hier hinten hin und her, ey. Wissen Sie, die arbeiten zusammen hier, Wandertag heute, oder wie? Oh, da wollte gerade ein Transportschiff hoch. Haben wir aber noch weggemetert, ja? Ja, wie gesagt, die machen das immer mit Transportschiffen. So, die gehen mit auf den Senkel jetzt. Ja, da hab ich auch ein bisschen Angst, da hat lange dauert das glaube ich auch nicht mehr, dass sie zu mir kommt. Ich glaube nicht, ne. Aber ich bin, äh... Wenig gewappnet. Je nachdem, wo sie anlegen, ja. Ich packe jetzt meine Schiffe mal hier unten, genau in der Kreuzung, also. Du kannst aber ein paar Schiffe da zu mir rauf, ein bisschen weiter nach rechts schicken. Wenn nach rechts... Dass die Einheit, die mich da gerade angreifen, ein bisschen zerlegen geht. Ja, wo haben die denn ihren Hafen? Ist der auch da irgendwo? Ne. Der Hafen von dem muss ja unten sein. Was ist die? Was ist die? Gède. Der Goldmangel. Alle Power ist da fertig. Kann man nicht mal mit meiner Wirtschaft voran da? Kann man da ein bisschen Gold schicken? So 10.000? Gib mir die 10.000, dann schicke sie dir. Ich mach euch alle platt, ich mach euch platt. Seid mal Modlina da durchstarten. Vom LP-Maler hört man auch gar nichts mehr. Was soll ich denn erzählen? Na, was ist der Junge? Nee. So. Pst. Modlina. Die greift voll an. Voll die Schnarche. Da geht alle raus, ey. Mach die alle platt, ey. Dann krieg ich hier noch die Krise. Alle raus hier. So, ich werd jetzt nur noch Farm bauen hier. Ich muss mein Gold jetzt mit Essen verdienen hier. Wir suchen da drin. Und Dinger hier. Umsen. Ich mach da hier die Türen auf, falls du durchlaufen bist hier oben. Am Strand. Wo? Nee, Alina. So. Ach, da wo die Türen stehen. Ah, die hat ja eine halt, nee. Ja. Dann muss man sie ja sammeln. Dann gehst du mir aber auch aus. So. Was machen wir mit euch? Viele Leute da. Ah, hier ist noch Gold. So. Backen. Backen. Häuser. Was soll ich essen? Was soll ich essen? Na, das Problem hab ich nicht. Ja, ich hab schon, äh, 190. Also Bevölkerung. Hatte... Nee, ich hatte irgendwas mit 140 so. Jetzt bin ich geschrumpft auf 98. Na, ich bin bei 148 nur noch. Boah, das sind 148, das wird eh mehr als ich. Ich hab 154. Ich hab 190. Ich hab gar nix. Ich bin voll am Bauernwert. Ich hab 155. Jetzt wird's hier mal ihr voll Kuffer... Alter, hier sind... ach verdammt 200 habe ich jetzt... ich komme mit dem Häuserbauen gerade, naja... Vorsicht, sie werden von den vielen Tieren gegriffen, Vorsicht, sie werden angegriffen Kobold, hier oben hast du wohl ein bisschen F***ing gebaut, ne? Na bitte? Bisschen Feld hingebaut Ja, bei dir oben Ne, ne, oben rechts, bei Möd Bei Modellina Ja, na, ich muss... ich brauch Gold, sonst krieg ich keine Truppen mehr bauen Kann ich bloß mit Nahrung und Holz reinholen Problem aber leider ich auch Ja, was will man machen Ach sie, bleibt Ach sie Jetzt wird Alina alleine da kämpfen gehen, oder was? Ja, anscheinend, wenn die da nichts macht Ja, ha, ha, ha Muss ich alleine da kämpfen Ich kenn, ich kenn ja zwei, zwei Kämpfe Ich reite dann mal los Genau, dann, sie haben gewonnen Spiel beendet Spiel beendet, sie haben gewonnen Was? Aber ich war schon unterwegs Ja, ja Viel erzählt Ja, ist ja richtig Ich werde jetzt noch, bis meine Einheiten alle fertig sind, dann wandle ich auch mal los Na, weil ich kann Koba halt mal euch zuschauen Mit einem ist schon zu spät Ach, glaub ich nicht Als würdest du die alle kaputt machen da Ja, klar Problem, ne Man muss von sich überzeugt sein Ich ja Problem, ne Gut Ja, Modellina, wenn ich mir jetzt... also ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich bin so deine... So viele Truppen hast du nicht, oder? Ja, mehr als ihr Das könnte stimmen Eben Aber du hast... aber ich schätze mal so einen Plan hast du nicht, wie du da rangehen sollst Äh, einfach irgendwas, ob sie doch alle rüber da... Ne, das ist der falsche Plan Ne, ich hab kein Gold mehr Braucht mir mal Essen? Könnt ihr Holz und Nahrung verkaufen Ja, ich verkauf grad Nahrung Ja, könnte ich oben mal machen, hab noch 13,5 jetzt Ich hab grad 30.000 gehabt So, irgendwas müssen wir da niedermetzeln So, hier bauen wir einen Turm Hab da eh noch so viele Leute Was habt ihr denn? Wie bitte? Sag ich, ich hab da eh noch so viele Leute Ja, dann hast sie gut versteckt Ja, dann hast sie gut versteckt gesagt. Ja du hast das auch zu mir gesagt, ja. Ja stimmt ja. Nein, sie hat nur Ja gesagt. Ja. Genau, ich habe nur Ja gesagt. Ich halte dann mal los. Ja und? Deshalb darf ich das Kämpfen zuständig. Da haben wir die Schlachten schon lange gewonnen. Und du bist für das Essen machen, also ab in die Küche. Genau. Genau, schwelft ihr Hunger. Das ist seine Zeit hier. Das ist seine Zeit. Er hat heute schon Lasagne und Spaghetti gegessen. Es ist jetzt in Ruhe hier. Warum? Mitternachtssnack? Wie saures. Nee, nix aber saures. Was süßes. Nee, vielleicht gibt es was saures. Ja, saures ist es auch gut. Boah. Oh Mann ey. Ja, ich ist so richtig sauer. Ach du. Lieber Herr, ich sag's fein. Dann knallt's hier im Karton. Aber echt. Scheiße, wo sind meine ganzen Einheiten? Ja. Was hier siehst du? Das habe ich dich auch gerade gefragt. Nee, jetzt echt. Wo sind die? Ist tot. Das glaube ich aber auch. Das ist das Sinnlose rumarbeiten, was du hast. Ja, wenn die mir nicht helft. Ah nee, was mache ich da unten gerade? Ja, du. Ja, ich warte, bis sie zu mir kommt. Was soll ich denn zu denen gehen? So, ich bin ja auch zu denen gegangen. Das ist ja schon schuld. Ich habe sie hier angegriffen. Ich muss mich erstmal hier um die Häuser kümmern. Da geblieben. Wer lebt? Wer lebt? Ich muss das Tor aufmachen. Ich auf. So, mach mir gut. Gucken wir erstmal ein paar. Ich musste viermal, fünfmal musste ich die Jungs schicken. Warum? Meine, meine Maus konnte nicht mehr... Was siehst du, was bei dir durchs Lager rennt? Nee, ich bin gerade bei den Blauen. Ich kämpfe gerade. Dann guck mal oben, was bei dir durchs Lager rennt. Kann ich gerade nicht. Ich bin gerade am... fighten. Ah, Orange kommt gerade. Wow. Ja, der kommt runter zu den Blauen. Einer, der immer ein paar Truppen hat hier. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin ja schon voll am Gemetzel hier. Ja, genau da bin ich hin unterwegs. Nö, natürlich langsam wirds... eng hier mit meiner Truppe. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin gerade am Vormarsch. Ja, ich komme auch. Du... Klappe. Ja, dann können wir gewinnen mit den Truppen da. Auf zu der Hut tut er da an Truppen und wir müssen alle darunter leiden. Ja. Ja. So, Leute, jetzt gehts los hier. So, das darf dann nicht schon mal kohlen, also solange sie nicht mehr leben. So, und hier noch eine her. Hier sind aber noch drei Burgen. Ja, dann mach sie platt. Ich? Mach du sie platt? Ja, dann mach ich sie halt platt. So, ihr da... Ihr Fotzen repariert den. Du, abgebaut. Äh, wer kommt denn da? Fih, ja klar. Nee, ihr wartet, lieber. Und du, du... Kommt da mit 10.000 Leuten. Ha, ja, Fih, wenn du nix machst, ey. Muss ich dir immer mal helfen hier. Ja, wenn du nix machst. Du kümmere dich um die Leute zuerst, Fihl. Die Gebäude lassen mit den Wogen übrig. Und die Burg überhaupt über dich abführen. Die Burg, die wird jetzt mal angegriffen, ey. Das hat ja kein Wert mit deinen Neid. Die Burg-Platte ist, ey. Sieht rüber aus, ey. Ich schaue euch jetzt beim Gemetzel zu. Ich will gar nicht wissen, wie viele Einheiten ich dann gleich verloren habe. Nee, ich auch nicht. Der wird ja wohl gleich aufgeben, oder? Nee, nee, das... Ich meine, nein, nein, erstmal alle zusammenkriegen, ey. Ja, mach du orange Blatt. Ja, die machen wir gleich mit. Die sind ja nebeneinander. Orange, ja, alles klar. Äh, rot mein ich. Orange, ja. Ja, ist das gleiche. Orange, oder rot, oder grün, oder blau. Die werden alle vernichtet. Oh, jetzt marschiert mal ab hier. Oh, Mieter. Alle Einheiten zusammen. Da, die sind ja nicht zu pannend. Oh, ich versuche nicht zu mir ein paar Worte. Oh, meines Erachter. Nö. Will, oben das Tor, wo mein Hafen noch ist, hast du offen? Ähhh... Nee, scheinbar nicht. Kannst du dich mal wieder aufmachen? Jetzt offen. Danke. Kannst du offen lassen. So, wo sind... Ah, die sind da draußen noch, da hinten haben sie noch Burgen. Da hinten haben sie noch Burgen. Saftzäck. So, drüber kümmern sie ums Dorfzentrum. Einschüssen auch. Und abbauen. Ja, Dorfzentrum ist gleich, per se. Ah, jetzt geben sie auf. Oder? Ja. Jetzt geben sie auf. Woran siehst du das, wann die aufheben? Weil sie die Gebäude abreißen. Siegfried besiegt. Ah, ich hab Siegfried besiegt. Moment, ich möchte mich an dem Roten rächen. Pirater. Meine Armee kommt oben auch. Meine Armee, sie hat halt den Einsatz mit zehn Leuten oder so. Ja, und? Ich meine... Ich muss da auch ein Futter verkaufen. Nein. Damit ich Kreuz bekomme. Boing. Ja. 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 Nein, nicht nach links. Die will ich mir holen. Alles egal, ne? Kommt jeder von jeder Seite hier. Oh, Asche hier. Jetzt Feuer. Feuer, Marianne. Ja. Ja. Ich hab auch ganz schön Einheiten eingebüßt bis jetzt, ey. Moin. Wenn du mal da deine Einheiten weiter schicken willst, dann wird sich alle staunen hier. Na ja, es geht doch. Die gehen nicht weiter. Damit mal hier die Treboten vorankommen. Die gehen nicht weiter, die Idioten, ne? Ja. So wie das Spiel hast, so sind die Leute. Ja. Ja, ja. Wo ist das? Deswegen seh ich doch nix von den Rosern hier. Hush, hush. Weg damit. Ja, wir sind alle schon tot. Ja, 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 ja. Haben ihr Land verteidigt. Wir haben gekämpft. Wir sind zur Burg, Mädels. Auch zur Burg. Feuer. Nein, nicht aufkommen. Nein, 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 nein. Ja, ihr habt ja gesagt, lasst die Burgen stehen. Ich habe ja Trebogen hier. Ist doch egal. Aufzuck. Denen geht das wohl um einiges einfacher. Oh, das geht schon. So, mit deinen Trebogen auch. Feuerbeiden. Oh, ich komme doch mal von oben schon runtergeritten. Ja, bitte rund. Bist denn die dort? Nein, 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 nein. Ich bin ja schon halb da. Halb da. Bin hier nicht wie Motlina, die hier am anderen Ende der Karte losreitet. Ja, ja, ja. Ich bin schon mal an der Burg dran. Nö. Lass mich hin. Oh, mein großes Herr, das schrumpft ein wenig. Also, die sind wieder gemetzelt. Die. Ah, den Bäumen. Der Kabo und Kobold. Nein, die blaue Tor ist zu, oder? Ahh, jetzt ist die Borgo. Die Tor. Die bauen da Hitware, ne, am Markt und so. Bist du auch noch da, oder bist du schnell geschlafen? Ich bin noch da. Okay. Genau zu. Oh, die Fahrze baut hier unten in das Dorfzentrum. Das ist schon dann. Das kannst du dir hier aber sonst vorhin stecken. Hey, reiß dich zusammen. Warum? Wegen was? Ich bin noch unter 18-Jährige anwesend. Oh. Der P-Miner wird ja wohl wissen, was das Wort Vagina heißt. So doof bin ich nun auch nicht. Schlimm bin ich. Er hatte Sexualko in der Schule. Der müsste das wissen. Und außerdem, was ist denn an dem Wort Fotze so falsch? Eine Fotze ist eine Krokodilsledertasche. Oder eine Bärenfotze ist das, was man am Kopf trägt. Genau, genau. Das ist eine Kopfbedeckung bei der Bundeswehr. So, und besiegt. Ach. Also, Motlina, was ist denn daran bitte falsch? Na, siehste. Na, siehste. Aber Phil, kennst du noch Wichse? Ja, schon Wichse. Richtig. Richtig. Bunt. Ja, jetzt kommt ein Nicht-Österreichische Tier. Tötete Einheiten. So. Alter Schwede. Ja, aber ich hab auch 230 und Phil hat nur 87. Ja, ich hab aber den endgültigen, äh... Oh, aber Endkräfter. Für tötete Einheiten sind wir wieder nah dran, ne? Ja. Also, wir sind aber fast gleich, wa? Die, die Spiele über... In der 83. Überleg mal dir aber, wenn jetzt die Stadt rausgerottet. Grüßt. 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 Grüßt das Geheer. 43 Leute. Wow. Aber siehst du, was mit 43 Leute ausrechnen kannst? Ja. Mich verteidigt bis zum letzten Mal. Gesammeltes Gold. Oh, Fatbeat hat am meisten? Alter, du Ratte. Fatbeat, guck mal, gesammelte Steine. Du hast einen Stein mehr gesammelt. Einen Stein, der hat sich doch unten in der Kieselsteine in den Fasche gesteckt. Da klaut doch einer. Stimmt. Einen einzigen Stein. Weißt du, was ich mag? Immer ich und Kubel werden als erstes angegriffen. Das ist aufgefallen. Nein, meistens du. Ich und dann meistens du. Ich bin auch am Anfang mal angegriffen worden. Ach du. Naja, das war eine Einheit. Schau, hast mich gesehen. Ich bin komplett ausgerottet worden. Ich nicht. Ich hatte noch drei Dorfzentren. Burgen. Der Siegfried Secksburg. Umgesiedelt. Ja, umgesiedelt bin ich dann auch, aber... Bogen, Alter. Ich hab eine gehabt, ey. Alter. Aber ich hab zwei auch seine. Wo sieht man den Bogen? Ach da, Bogen. Alter, sechs Stück. Reliquien, zwei, yeah. Da hab ich eine. Diesmal hab ich mal eine gefunden, ey. Ich hatte auch eine, aber die haben sie mir, denke ich, immer wieder zurückgeklaut. Hauptsache, dieser... Ho-cho-Zone hat nur Reliquien, aber 4300 Gold. Von Reliquien. Ho-cho-Zone. Ho-cho-Zone. Ja, die Reliquien, äh, das ist, wenn du die Marktplätze, äh, die Kloster abräumst, dann fällt die Reliquien auch wieder raus. Sie weiß, ja. Reliquien, Gold. Deswegen hat er vorhin... Größte Bevölkerung, 86. Boah, 2 Stunden 20, diese scheiß Schlacht, ey. Meine Fels, ey. Schon geil gewesen. Ihr wolltet doch jetzt auf jeden Fall spielen. Aber dafür haben wir, das erste Mal, zwei Mittel geschlagen. Alter, guck mal bei mir, Zeitlinie, wo... Janosch mehr ein Militär gehabt. Nichts. Gar nichts. Völlig... So dünner Streifen da so. Oh Gott. Habt ihr bei mir immer Krieg, Krieg, Krieg... Dreimal hintereinander. Ich hab die 600 Abonnenten geknackt. Was, 600? Und dann... das überhaupt verdient hast. Bei ihm war so fies zu. Dann war's das mit dem Spiel. Bei mir steht...